Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Wieninger und ich bin Astrologin und heute möchte ich mit euch über den Mond sprechen, genauer gesagt über die Mondphasen und Zyklen, also Neumond, Vollmond und so weiter. Wofür der Mond im Horoskop steht, das habe ich bereits in einer früheren Folge thematisiert. Falls ihr sie nicht oder noch nicht gehört habt oder vergessen habt, um was es da genau ging, fasse ich euch die Basics natürlich gerne noch einmal zusammen und zwar, der Mond symbolisiert ganz vereinfacht gesagt in der Astrologie unsere Gefühlsgrundlage, während die Sonne, also auch Sonnenzeichen, Sternzeichen, unseren bewussten Willen darstellt. Jetzt geht auch der Mond quasi durch diesen ganzen Tierkreis, nur braucht er dafür nicht ein Jahr, sondern er wechselt eben alle zweieinhalb Tage das Sternzeichen und damit kommt zu circa einem Zyklus von 28, 29 Tagen heraus. Wahrscheinlich kennt ihr diese Symbole eh von den Kalendern, wo dann jeden zweiten, dritten Tag so ein anderes Tierkreiszeichen drauf ist oder ihr kennt sowieso den klassischen Mondkalender und wenn nicht, dann fällt euch das vielleicht jetzt einmal auf. Früher, also in der klassischen Astrologie, hat man gesagt, dass der Mond für alles Weibliche steht und die Sonne für alles Männliche. Also eher La Luna als der Mond. Die Sonne außerdem für den Vater und der Mond für die Mutter und heute ist damit natürlich eher was archetypisch Weibliches und Männliches gemeint, also jetzt nicht das konkrete Geschlecht. Unterm Strich kann man sich trotzdem merken, Mond ist eher das Gefühl, Sonne, der Wille. Und Sonne und Mond in der Kombination zeigen dann an, ob eben Gefühl und Wille, also ob Herz und Kopf gut miteinander arbeiten oder ob man sich da ständig in die Quere kommt. Wenn das jetzt an manchen Tagen leichter und an anderen schwerer geht, dann liegt das aber nicht nur an unserem Mondzeichen, also das Sternzeichen, in dem unser Mond im Horoskop steht, wie es bei der Geburt war, sondern es kann natürlich auch an den laufenden Mondphasen liegen und die gelten ja letztendlich für uns alle. Vor allem kann man die Mondphasen ja meistens ganz kurz sehen, also im Gegensatz jetzt zu Saturn, Venus oder so, da muss man schon ein bisschen mehr wissen, wo und welchen Zeichen die sind oder ein Werkzeug dafür haben. Und so kommt es natürlich dann auch, dass sich viele Menschen mit dem Mond beschäftigen, natürlich auch Leute, die nicht so viel mit Astrologie am Hut hätten, weil so nach Mondphasen meditieren, Gärtnern, Haare machen, Wäsche waschen, das ist jetzt momentan wieder top aktuell, aber eigentlich ist das schon sehr, sehr lange da, dass die Menschen sich danach ein bisschen richten. Und genauso ist es ja auch mit Mondritualen, also zum Beispiel mit so Neumondritualen, wenn man sich dann zu dem Neumond was vornimmt oder in die Wege leitet und dann hofft, dass es sich bis zum nächsten Vollmond zumindest schon ein bisschen manifestiert oder erfüllt. Das ist natürlich die Frage, kann das was, macht so ein Ritual, macht so was Sinn, wenn man sich da was vornimmt? Oder ist es momentan einfach nur so total totschick und das Nonplusultra in der modernen Spiritualität? Also ich persönlich würde sagen, ja und nein. Also weil gerade als Astrologin muss ich natürlich immer sagen, von nichts kommt, auch in der Astrologie nichts, man muss schon ein bisschen mithelfen, zumindest wenn man will, dass es für einen besser läuft. Andererseits ist es natürlich so, dass Affirmationen und Wünsche, die man jetzt ganz direkt ausspricht, natürlich schon irgendwie auch machtvolles Werkzeug sind oder man sagt ja auch, wo ein Willer ist, da ist ein Weg. Und warum ich Rituale auch noch ganz gut finde, natürlich, sofern das Rituale sind, die ethisch vertretbar sind, wenn man etwas immer wieder wiederholt, dann schafft das natürlich Strukturen und Strukturen sind immer gut, wenn man etwas lernen will, wenn man etwas aufbauen, wenn man etwas erreichen will. Wenn ihr jetzt mal ausprobieren wollt, ob es ihr mit diesen Mondphasen sozusagen mitwipet, ob ihr den Neumond stärker spürt oder ob es eher bei euch der Vollmond ist und vor allem was dazwischen mit euch passiert, dann muss man diese Phasen natürlich erst einmal kennen. Und das funktioniert so, also grundsätzlich teilen wir diese Mondphasen, diesen Mondzyklus in vier Viertel. Wir haben den Neumond, dann ist der zunehmende Mond, dann kommt Vollmond und wieder abnehmender Mond. Dann beginnt es wieder von vorne, Neumond und so weiter. Also dieser Zyklus dauert circa vier Wochen. Dabei ist der Neumond der Startpunkt für das Neue, wobei man sagen muss, wenn man jetzt wirklich was Neues starten will, sollte man ein, zwei Tage warten, weil Neumond heißt auch ein bisschen Leermond, da ist noch nicht so viel los manchmal, kann sich auch ein bisschen inaktiv anfühlen. Dann kommt auf jeden Fall die zunehmende Phase und die ist immer diese Phase, wie es schon im Namen zunehmend ist, da ist Aufbau drin, die Energie verdichtet sich, steigert sich bis zu diesem Vollmond und der bringt dann die Erfüllung. So oder so. Bei der abnehmenden Phase wendet man sich dann langsam ab, das Neue kommt und bis zum nächsten Neumond lässt man los, kommt ein neues Thema. Das klingt jetzt grundsätzlich super. Jeden Mondmonat quasi ein Ziel, innerhalb von zwei Wochen kann man das auf Schiene bringen. Ja, aber so geradlinig und geschmeidig ist es natürlich nicht immer oder zumindest nur manchmal. Das liegt einerseits natürlich daran, dass uns nicht jeder Neu- oder Vollmond gleich gut liegt. Also wie eingangs erwähnt, sind fast jeden Monat andere Zeichen dran. Der letzte Neumond zum Beispiel war ja dieser Wassermann Neumond, mit dem ja auch das neue lunare Jahr des Tigers begonnen hat. Und das war für die einen vielleicht wirklich ein Sprungpartner, ein Startpunkt und für die anderen vielleicht nicht so super und nicht so gut. Ja, also wenn man jetzt sagt, etwas baut sich auf und verdichtet, ist das natürlich auch wertfrei. Sprich, wenn es passt, kann sich bis zum Vollmond natürlich viel Gutes aufbauen, aber wenn es eh schon schwierig ist, dann vermutlich nicht so gut. Zudem ist so ein Zyklus wie so oft in der Astrologie kein linearer Weg, sondern es geht auf und es geht ab. Und das versteht man besser, wenn man die Mondphasen noch genau unterteilt. Es gibt nämlich in der zunehmenden Phase wie auch in der abnehmenden Mondphase jeweils so einen kleinen Sichelmond und dann gibt es den Halbmond. Und natürlich diesen leicht schiefen, fast schon vollen, nicht mehr ganz vollen Mond, also kurz vor vollem Mond, nach vollem Mond, nennt man Buckel- oder Aussaatmond. Und jede dieser Etappen hat dann auch wieder eine bestimmte Energie. Also vereinfacht, ganz vereinfacht kann man sich merken, bei diesem Sichelmond, kurz vor und kurz nach dem Neumond, da ist man auf die Energie gut eingestimmt. Bei dem Halbmond wiederum gibt es oft auch Spannungen. In der Astrologie bedeutet Halbmond, dass Sonne und Mond im Quadrat zueinander stehen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Das heißt, Gefühl und Wille arbeiten ein bisschen gegeneinander. Und wenn jetzt dieser ganze Zyklus mit dem Neumond eh schon schwierig begonnen hat, da ist dann der Punkt, wo man vielleicht noch mehr gegen sich selbst arbeitet, wo man Konflikte hat, innen vielleicht, vielleicht auch manchmal außen in den Beziehungen. Da wird es deutlicher, was nicht geht, nicht so gut geht, doch nicht geht. Andererseits kann es natürlich helfen, wenn man sich bewusst macht, dass man bei dieser Halbmond-Konstellation eben erst halbfertig ist. Diese abnehmende, zunehmende Phase ist noch nicht ganz da. Man sollte ein bisschen dranbleiben und man muss durchhalten. Wenn man gerade an einem schwierigen Punkt in seinem Projekt oder zum Beispiel beim Lernen, wenn man gesünder leben will oder wenn man generell mit sich selbst und seinen Gefühlen gerade am Arbeiten ist, dann kann es helfen, dass man mit sich selbst vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger ist. Es ist noch nicht das Ende. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass nicht jedes Mal, wenn wir was Neues anfangen, zum Beispiel einen neuen Job starten, ein Training beginnen oder ähnliches, dass da gerade zufällig Neumond ist, beziehungsweise diese aufbauende, starke, zunehmende Phase. Das kann man nämlich natürlich nicht immer beeinflussen. Aber wenn du jetzt mal überprüfen willst, wie diese Phasen bei dir wirken, dann zahlt sich das schon aus, dann ein bisschen zu beobachten. Wenn du noch mehr in die Materie eintauchen willst, könntest du dir zum Beispiel ansehen, zu welcher Mondphase du geboren bist. Nehmen wir an, du kennst jetzt zum Beispiel dein Mondzeichen schon, und du weißt das schon von deinem Horoskop, du weißt, dein Mondzeichen ist Krebs. Gleichzeitig weißt du jetzt auch, du bist kurz nach Neumond geboren. Und du denkst da oft, ich verstehe das nicht, obwohl ich, es heißt ja Krebsmond, so weich und so sensibel indirekt. Und du bist aber gar nicht so. Dann kann dir das helfen, das zu verstehen, weil mit diesem kurz nach Neumond bekommt dein eher indirekter, weicher Krebsmond schon eine ziemlich stärkere, feurige, proaktive Note, weil eben dieser Neumond so viel Neustartenergie mitbringt. Und das macht dich dann fast schon untypisch Krebsmond. Wenn du gleichzeitig Mondzeichen Krebs bist und du bist aber bei einem, sagen wir mal, abnehmenden Halbmond geboren, dann passt die klassische Deutung von Mond in Krebs, also dieses beeinflussbar, indirekt, vielleicht auch ein bisschen schwankend, bei dir wahrscheinlich eher. Es hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Es ist nicht immer nur gut, proaktiv zu sein, manchmal ist es auch okay, indirekt zu sein und umgekehrt. Aber es macht eben einen Unterschied. Das muss man jetzt nicht wissen, aber es kann einem so Aha-Momente liefern und bescheren. Ich zum Beispiel bin bei Vollmond geboren, also bei einer ziemlich starken Mondskonstellation. Zudem war dieser Vollmond wirklich auch noch ziemlich spannungsgeladen von anderen Planeten. Das heißt, Wollen und Fühlen waren da überhaupt nicht auf einer Linie. Aber auch daraus kann man etwas machen, das weiß ich heute natürlich. Nicht verzweifeln, wenn deine gegoogelte Mondphase von deiner Geburt also nicht auf den ersten Blick das Gelbe vom Ei ist. Es geht immer was. Wenn du jetzt gar nicht zu viel Wissen magst oder dir das alles schon wieder zu kompliziert ist mit den Zeichen, mit diesen astrologischen Bestimmen und so weiter, dann kannst du dich natürlich auch einfach mal beobachten. Was rührt sich da beim Neumond, vielleicht beim nächsten gerade bei dir? In welchen Lebensbereichen und mit welchem Gefühl gehst du da rein? Und vor allem, wie geht es dann weiter? Wie geht es dir bei Sichelmond? Was ist dann beim Halbmond? Und wenn du es doch genauer wissen willst, aber nicht weißt wie, dann helfe ich dir natürlich gerne weiter. Alle Infos, meine Beratungssettings und so weiter, das findest du natürlich alles auf meiner Homepage barbarawieninger.at Alles Liebe und bitte, bitte, vergesst vor lauter Mantras und Affirmationen und Ritualen nicht den Mond einfach nur mal anzuschauen, wie man ihn denn sieht und zu genießen, weil auch das kann schließlich ein Rituell sein. Bis in zwei Wochen.